Mein Name ist Rhi, mein Viva, Jai. Heute spiele ich ein bisschen One-Shot. Ja, mache Missionen. Ich will den Skin ein bisschen. Ich finde ihn jetzt zwar nicht so den krassesten Shit, aber man kann ihn sich schon mal gönnen, oder? Also den Skin. Wer den Skin mag, mit dem ist definitiv was falsch. Ach, hallo, der gerade in den Stream gekommen ist. Ich schreibe mal was in den Stream an. Okay, wer bist du denn? Wer bist du? Robert Neuss. Alte sind schon, meine ich. Das war viel besser. Aber ganz ehrlich, du kannst doch nicht einfach zählen aus von Brawl Stars, die dir erstellt haben. Einfach klauen und dann für ein Intro benutzen. Ach, heute springen wir mit dem Kampffisch. Hallo. Kampffisch. Hallo. Ja. Darf ich deine Stimme in Stream und weiteren verwenden? Ja, darf. Okay, danke. Äh, wo wollen wir landen? Francie? Ja. Natürlich. Oder wollen wir hier in der Mitte? Lange mir auch. Ja, klar. Ja, Robert, ganz ehrlich. Ich stehe gerade auf. Äh, ne, ich streamen gerade ein bisschen. Robert, mich juckt es nicht, wie viele YouTuber oder Streamer das getan haben. Aber ich finde es jetzt halt nicht so krass, wenn man es einfach macht. Oder klaut. Und, ja. Bist gut? Ja. Ich bin jetzt wirklich... Hast du eine Blau-Tru? Ich würde jetzt wirklich nicht von mir behaupten, dass ich gut im Snipen bin. Also ich bin alles andere als gut. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich diesen Modus eigentlich spiele. Wie bist du eigentlich zu deinen Namen gekommen? Weiß nicht. Dachtest du dir so, ja, Kampffisch? Ich bin Fisch, der kämpft. Ganz einfach. Habt man ein Jagdrewerb? Ja, ich hab noch gar nichts. Ich suche da mal eins. Ich hab, dass ich keins finde. Ich hab vier grüne Sniper. Ich guck mal, ob da eins ist. Ich schau mal hier im anderen Haus. Ich hab grad ne lila Sniper geangelt. Ja, da drüben solltest du ein Gegner, ne? Yay, blauer Sniper. Ein Upgrade. Das kann doch nicht sein. Ja, Christ ist tatsächlich echt rüb. Aber, ja, ist deine Schuld. Ja, Robert, erstell neu ist, das nicht geklaut ist. Also, wirklich. Ich mein, wer klaut denn Szenen einfach, die man dann einfach im Intro benutzt, ist doch... Also, für mich ist es asozial. Sag mal, kannst du meiner Gruppe beitreten, vielleicht? Ja, ich guck mal. Ja. Ja, mach mal. Hallo? Lukas? Ja. Oh, was geht? Kannst du auch in den Spielchat, weil ich hab hier grad einen mega netten Typen gefunden. Und der ist auch deutsch. Der gute alte Kampffisch. Nee, nee, da kann ich also nicht, aber ich kann warten. Okay, danke. Ich musste nur kurz wegen Freund, weil der ist grad in meiner Gruppe herbeigetreten. Und dann muss ich hier nur kurz fragen, ob es für ihn in Ordnung ist, wenn er so lange noch wartet. Wie alt bist denn du? 13. 13, okay. Merkt man dir jetzt nicht an? Sag mal, wie alt bin ich? Sag einfach. 15. Ich bin 13. Ähm. Im Stream hör ich mich so alt an. Sind wir dir Gegner? Äh, ja. Bei mir wird geschossen. Okay. Ja, da kommt mir so ein Gegner. Ja, ich komm. Hast du jetzt ein Jagdgewehr? Äh, nee, hab ich immer noch nicht. Ich hab auch kein zweites gefunden. Ja, die haben Jagdgewehr, ich glaub ich hab da jetzt eher weniger Chance, ne? Auch wegen... Oh, da liegt ja, ja. Ich glaub ich hol mir das einfach. Da drin sind übrigens noch mehr Gegner. Ich bin jetzt eigentlich schon so gut wie tot. Na ja, da ist noch einer. Oh, du hast mich übel zerstreckt. Ich hol mir kurz das Jagdgewehr von den Schünen. Ja. Ja. Leul. Hab. Hält schon. Wuuu. Hier, falls du willst. Ne, hab auch. Obwohl. Ja gut, bringt jetzt eigentlich jetzt nicht so viel, ne? Hab zwar schon eins. First Shot, first kill. Also für mich. So was, wenn du noch einmal, dann... So was, ganz ehrlich, wenn du noch einmal so eine dumme Bemerkung machst, dann banne ich dich einfach für 300 Sekunden vorm Stream. Ganz ehrlich, mich juckt das nicht. Ob ich dich jetzt bann oder nicht, ist ja meine Entscheidung. Ja. Äh, ja, der Loot Drop ist weg. Hm, Christ, ja, wie, deine Schuld. Hm, ja, ist deine Schuld, wenn du dir sowas selbst zusehst, aber... Ja gut, ich kann das jetzt von mir aus jetzt nicht sagen. AK, ein Jahr für Brüche. Wuuu. Ähm, ja, das war auch mal was, was Heizsand sonst auch nie wieder vorkommt. Aber ich glaube, man sollte auch ein bisschen vorsichtiger sein als normalerweise. Vor allem, wenn man, ja, jetzt irgendwo ist, zum Beispiel wandern, in Berge, AK, da habe ich einen, meine Brüche zugefügt. Zwei Gegner. Auf mich wird geschossen. Ja, auf mich auch. Ich komm. Hab ein. No scope. Hab ein. Ich bin wirklich nicht gut im Snipen. Das ist alles nur Lack. Ja. Boah, wie siehst du mal die Munition aus? Also, ich habe absolut viel. Brauchst du, ich habe auch 430? Ja, ich habe 548. Die beiden hatten jetzt auch nochmal extrem viel. Hm, nee, war nicht guter Lutz. Sag mal, hast du viel Items dabei? Ich habe einfach 15 Bennys mitgenommen wegen Sohn. Ich bin schon mal dran gestorben, einfach deswegen. Ich drehe danach der Runde der Gruppe bei. Ja, Christ, ich weiß, wie man Leute vom Stream band. Christ, wollen wir bei dir ja testen. Nein, löscht dieses Intro einfach nicht. Warte jetzt einfach auf andere Meinungen, außer meine. Oh, von so. Die Schnaupe schon? Von sonst wirkt auch noch auf uns. Nein, ich glaube vom Busch aus. Ja, ich glaube vom Busch aus. Von da, glaube ich. Von hinter uns schnappt auch noch einer. Ja, dann lass uns erst um den kümmern. Hinter uns erst mal. Oder? Ja, komm, lass den da vorne jagen. Und dann können wir in weiterem Moment. Dann sind wir eh schon in der Zone. Ja. Dahinter sind welche? Ja, ich sehe sie. Und da unten. Oh, shit. Oh, shit. Nos go. Wo? Ist doch noch einer? Ja. Ja, ich sehe ihn. Ja, es kommt noch welche Third Party. Autosniper. Nehme ich mit. Achtung, hier ist einer. Direkt hier unten. Oh. Oh. Lol, einer hat den gesniped. Nein, er hat mich. Gerade, wo ich ihn killen wollte. Ganz ehrlich, Robert, wieso sollte ich eine bestimmte Stream-Site machen? Das ist doch... Ich meine, warum das... Wieso bra... Wie sollte ich das brauchen? Also, ich bin jetzt in eurer Gruppe. Ja. Ja. Hallo. Hi, Lukas. Hi. Wie heischt du eigentlich auf YouTube? Lukas, vorgängig. Wollte beide vielleicht bereit drücken? Oh. Ach Christ, stimmt. Ja, Christ, ich weiß tatsächlich, wieviel es geht. Ich kann dich für 300 Sekunden bannen. Also, Block hier. Vom Stream. Das braucht kein Training. Oh, hier. Moment, ich habe den Mod auch. Ach, hier. Ja, genau. Gleichzeitig. Ja. Ich kann auch noch kommen, so Pokémon-Mode. Der kann mal Schmau holen. Pokémon. Ja, ja, das ist geil. Kennt ihr den? Ich bin mir für ein Timing. Ich bin mir für ein Schmau-Mode. 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 Auch geil. Ich bin mir für ein Schmau-Mode. Wer holt sich denn nicht Geschmau-Mode? Ich erste Woche in Fortnite. Ich trau dich in die Maut. Dann hätte ich ein Teile Biwax gehabt mehr. Ja, und du? Ich bin arm, deswegen. Sieht man ja. Weil ich so arm bin, dass ich nur Schmau rette. Die Welle ist. Sieht man ja, welches Riesst du hast. Du bist ja richtig arm. Bin ich schon. Junge, du hast ein Connick gelosten und... Was hast du nur noch so? Wenn ich das kreste... Wenn du bis zum Wunschland hinst. Jawohl, das ist genau. Ich geh das raus. als sie jetzt sagt du nicht dass du arm bist oder wollen wir slurp hier kommt slurpi wir das hier aber lukas haben wir schon von facebook kopiert also die schlechte spiel diesen neuen tanz ja 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 der pokémon im mode ist schon cool dann habe ich mir erst mal gegönnt den habe ich mir gegönnt welche besser kommt wir können nicht mehr schluss das auch wenn man ja schon ein eigenes schluss er prägt der kauf er kommt was der schnell schönes mehr packen das ist ein ursprüngst du musst du musst du bist ich glaube du kommst du kannst du selbst stellte sich die und das kann sein vielleicht war ich auch früh angefangen hast du keine waffe ich hab nur noch einen genockt nur mit grauer junge wie schlecht sind die denn da sind sind die grenade kommt für schluss alles regeln das war mit rechts oder quickscope ist tot ja ich wusste es okay ich glaube ich kann dass das blauen monster und der karte holen ich glaube man so wohl zu unserer karte oder bis zum weiter buch die alle kürze 1000 euro wenn du mir nur noch 1000 euro infekt ist nur für christmas gibt es 1000 euro also meine karte ist noch so 25 sekunden meins 3 saugen stüge aber wohl erst lukas nur wenigstens das war's oder er muss das feiten oder er stirbt einfach ja er stirbt also der war jetzt wirklich nicht gut aber ja ich wollte aber ich wollte karte ja ja ich weiß schon noch der monge dort und druck bereit mein gott habe ich doch hast du nicht jetzt freilich freilich bei uns an der schule gibt ein der hat sogar seine seine zwei eigenen counter weil er diese zwei wörter so oft sagt und zwar gel und nicht war der counter hat sich echt niedrig gehalten auf 7 in einer stunde in einer schulstunde und normalerweise liegt das 21 bei 21 mein geld sagen in einer stunde steht wieso stehst du und du so da ich will nana machen äh da war piste mal ja das ist eine hier steht da mir so ich steig gerade so ekelhaft da rum oder wenn wir liegen einfach nur statt ganz grün doch ich will ich mir immer meine nutella feinkuchen drauf denn es soll schon recht nicht gewickelt die sind auch schnell das sind fast die rute von einem bett muss kommt mir irgendwie bekannt vor kann sein dass wir die gerade eben genau die gleiche hatten ich komme nicht weiter als hier auf den tor ja dann gehen wir auf den tor die schiffe und kampf ist gar nichts er redet auch fast gar nicht ich habe noch keine waffe ja mal wenigstens ich habe noch keine waffe ja mal wenigstens aber keine waffen wo machst du den kamin kaputt wenn ich nicht meine waffe hab das ist halt so nicht was das ist mein betonung liegt auf mein auch auf mein danke das ist alles meins was bekomme ich nur eine piste also ich habe ganz in ordnung in lud wie sieht neuer luther sagt mal das blaue monstern überhaupt ein mini haben ich habe wenigstens dann trink doch noch angesprochen und zwar jetzt kampfisch wo bist du das sind falls das sind im fluss oder ich habe nicht meine ich glaube dass ich bessere waffe bekommen ich habe eine blaue eine grüne tag was habe ich noch eine grüne habe ich noch denken aber wo ist das abo ne ich mag sagen wenn du nirgends nicht was menschlich gesehen sind die schaps großen hey ich sag ehrenfrau ja moin wir haben einen fisch ne nein auch wenn man hier einen fisch meins sag ehrenfrau zu dir ähh kampfisch komm mal her ich gebe dir kurz die leitung die munition nehme ich mir noch na 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 play abo gegen abo was für die idee ist ja gut es wäre mal was neues als youtuber was ist aber aber was ist aber jungs was sagt ihr aber was aber ich das ist die idee ich komme nicht aus dem monster klärt alles kommt man muss meine kann warte facken auch nicht so hat ab und ich habe mich dann im halb keine minis merken ich auch egal leider kein lud mehr den ich abstaunen kann ich will die sniper haben es gibt den ok nämlich auch obwohl bei mir nützt es nicht ich habe keine money ich auch nicht ja du kannst ihn durchnehmen es war mensch gewinnt alter eigentlich hätte er von entscheiden müssen wollen die menschen ich glaube ich bin noch da weil das so leise bist gar nichts ist weil er lieb ich habe legendäre ak ganz begeben wenn wir gegen die raka 1 1 31 30er hit blau ich komme nicht raus du kommst du nicht raus nein da war 52er hit weil ich war schon junge pool play was für eine dumme idee ist einmal seine frisse zu bezogen die geschäfte nicht getroffen es war schon 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 einer ist gefinisht also meine karte existiert übrigens auch noch habt ihr habt ihr noch 65 sekunden italienisch was macht ab und von den folgen von ja ich glaube ich glaube ich habe das ist noch nicht der war und das ist schon ein das habe ich neben gab schade die 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 an alle macht alle ready ich glaube ich bin ich morgen in der schule ich musste spielen